Reisen Sie mit uns nach Spanien. Lassen Sie sich vom südlichen Temperament und dem Klang der Kastanjetten mitreißen. Genießen Sie Live-Musik mit Susan Baker und Dennis Lüdecke, Auftritte unserer Aquasoleros und der Ballettschule Hutmacher-Brückner. Entspannen Sie bei einem Salzbeeling und verwöhnen Sie Ihren Ton mit unserer neuen 24-Stunden-Creme. Kommen Sie vom 27. Oktober bis 5. November zu uns in die Obermain-Therme. Unser Traumschiff startet, außer an alle Heiligen, jeden Abend um 19 Uhr. Bis 23 Uhr erleben Sie einen traumhaften Urlaubsabend unter südlicher Sonne. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.